Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Halloween-Woche! Und willkommen zu Teil 2, beziehungsweise eigentlich schon Teil 3 von der Fabrik mit dem Pip. Hi, ich bin Pip. Und wir machen jetzt das Ex- Oh, ich hab hier irgendwie Kopf-irgendwas, ne? Was hab ich? Schlag-Anfang würde ich schon sagen. Gehirnerschlitterung hab ich. Mach nix. So Pippi, rennest du für drei! Okay, linksrum, oder? Ich mach die Tür mal zu. Ich hör schon die Zombies. Aber warum kann ich das zur Zeit nicht benutzen? Das macht mich wütend. Wieso? Hier waren wir vorhin. Ja. Ja. Ist richtig. Wir sind jetzt einmal dick im Kreis gelaufen, oder? Ne. Ah, jetzt guck mal Tag 14 oben links die Zahl. Äh. Warte mal, ist die jetzt der Schatz geworden? Die Scheiß fängt der jetzt an. Nein. Nicht dein Ernst. Oh, oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Egal, du hast deine Sachen jetzt wieder. Ja, alles nehmen. Und? Wie seh ich aus? Oh. Warte mal. Geil. Boah, jetzt erstmal hier... Warum kann ich denn den Verbandskasten hab ich? Ja, den kannst du nehmen. Den kann ich benutzen! Äh. Das ist das Beste. Das ist ja echt frech. Wie viele Tode hast du unten rechts stehen? Ich hab, äh, 4. Ah, ich hab 3. Bibi, wir müssen zusammenbleiben. Hast du noch Schuss? Ja. Ich hab, äh, 0. Okay, sehr gut. Ich hab 10. Aber? Die gehen irgendwo über uns lang. Die kommen jetzt wahrscheinlich hier wieder runter gefallen. Ich würd sagen, wir gehen schnell zum Medicraum. Okay. Aber heilst du grad gut? Boah, ja. Ich hab hier grad links 10 Anzeigen über meiner... ...Helfbar. Ich find's weird, dass die Türen immer verschlossen sind, dass man keinen Weg hat, die irgendwie aufzumachen. Oh, shit. Direkt rum geht's auch, ne? Da wollen wir auch noch nicht. Mann, wo ist meine Waffe? Ey, ohne Scheiß, der Knüppel, ne? Wenn die nur einzeln kommen, beste Waffe. Ah, da war ich eben schon dran. Ah, den Raum meinest du, wahr? Medic. Schließpulver, Ölschiefer, Gärungsalkohol. Ah, den kann man nur zu 10 stacken. Flaschen mit Säure. Mann, du hattest das doch, ne? Ja. Ach du Kacke, jetzt fängt das jetzt an. Blutbeutel, Kunststoffabfall, Verband. Blutbeutel. Zweite Mal gesagt. Ein Ei brauchen wir nicht. Verrottetes Fleisch brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch nicht? Fallengelassene Beute. Blütschiefer. So eine Feder, ne? Die kann man doch bestimmt selber machen. Dann schmeiß ich den eben jetzt weg. Kann man. So. Okay, ich bin eigentlich wieder munter auf. Das hat uns jetzt nicht so geheilt, wie ich gerne gehabt hätte. Hier war ich eben auch schon drin im Ofen. Achso. Und hier ist irgendwo so ein Fliegevieh gewesen. Pass auf. Aber ist jetzt tatsächlich nicht so der beste Ort hier, glaube ich, für Tag 14, oder? Nö. Äh. Äh. Was ist das für ein Knurren? Da unten ist ein Hund. Hunden? Ja, ja. Aber da ist ein... Zombie. Ach, deine Gesundheit ist wieder gut. Sehr gut. Ich habe immer Angst, dass wir... Ja, die... Die kommt langsam wieder. Zack. 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 Hallo. Hi. Der Zombie steht hier wieder. Der Zombie steht wieder bei mir hier. Ne, bei mir nicht. Okay, hier ist wieder einer auf dem Boden. Und einer auf die 12. Warte mal, der ist hier drin. Da sind Fischer drin, ja. Scheiße. Oh, der ist jetzt nicht so cool. Da ist auch ein Hund drin, ne? Zwei. Geil. Dann mach hinter dir die Tür zu. Da kommt eine fette, pass auf. Ach, du Scheiße. Hier ist ein Bär im Treppenhaus. Ist nicht gut. Gibt es doch nicht. Kommt der denn hier hoch? Oh nein. Oh nein. Da kommen auch noch mal ein paar. Fuck. Oh mein Gott, die Hunde sind frei. Pip. Können wir hier irgendwo weg? Nach oben oder nach unten? Nach unten ist ein Bär. Ja, schnell. Oh mein Gott, Alter. Aber irgendwie will ich den Bär auch ver... Hier ist eine Schlange. Hier ist eine Schlange. Pip, renn hoch. Hier sind Hunde. Ich habe keinen Schuss mehr. Habe ich dich gesorgen? Unten ist eine Schlange. Wir haben keinen Schuss mehr, Pip. Da ist eine Schlange, Mann. Ja. Da habe ich viel mehr Angst vor. Mach alles jetzt zu. Wir sind so am Arsch. Oh shit, ey. Oh, du hast einen Rucksack beim Aufzug. Junge, was ist das denn? Also Schlangen, da hört der Spaß auf. Du kannst ja nicht mal die Dinger, die großen Dinger hier richtig hitten, Mann. Wie willst du dann Schlangen hitten? Ja. Zynischer Vorrat. Kunststoffabfall hast du, oder? Ein Koch... Haben wir einen Messbecher schon? Ein Kochgerät, mit dem am Lager für Rezepte freigestellt werden kann. Ah, die Schlange ist hier. Die Schlange ist hier. Junge, die ist ja komplett im Boden. Junge. Ist die tot? Nein. Oh. Nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Scheißding. Hast du Pfeile? Äh, ne. Dann mache ich mir schnell welche. Äh. Ja. Steinpfeile. Mach ich mal so 20. Oh mein Gott, von oben kommen wieder recht viele. Pass auf, Pip. Die kommen alle wieder runter. Ach du lieber Himmel. Warte, ich schieße die Schlange ab. Oh, die Schlange ist tot. Die Schlange ist tot. Ich, äh, knack mal das Schloss. In der Hoffnung, dass da irgendwie Munition drin ist. Die Schlange ist tot. Ja. Aua, Pip. Hilfe, ich kann nicht. Pip, ich stelle uns. Warte. Ich bin in der Animation gefangen gewesen. Da kommen noch ganz viele jetzt. Da kommen alle von oben. 44 AP nur noch. Ganz viele Sicherungsvertreter. Scheiße, Mann. Mein Dietrich ist abgeboren. Alter, wieso sind das so viele hier? Ganz viele Sicherungsvertreter. Ich habe keine Ausdauer. Okay, dann. Hier ist, wir können hier hochlaufen. Ja, ich hole noch ein paar hier ab. Oh, hier sieht es voll nach Fallen aus. Die können auch springen. Sind nicht sehr gut. Ah, hinter mir, hinter mir. Hallo. Hilfe, Hilfe. Komm hoch, komm hoch. Gab es nicht auch Creeper, die Siegungsvertreter waren im Mieser oder so? Äh, nicht Mieser. Hannibal? Ja. Die waren auch in dem Knack-Texture-Pack drin, du Arschlach. Ja, ich weiß, deswegen kam ich auf die Idee. Cool. So, ich habe die jetzt alle mal platt gemacht hier. Hast du ein Dietrich? Ich habe Minecraft-Verbrauch als... Ich habe kein Dietrich. Oh, Mann. Handtasche. Ich habe aber 18 Pfeile. Ist das ein Bug? Bei mir ist das alles leer. Biss auf, verfallen, ne? Also, so eine Mine, wissen wir jetzt, wie die aussieht. Ja. Okay, cool. Schränke. Hier, hier wird er wieder ruhiger. Es läuft. Flasche mit Säure ist hier wieder, ne? Das ist cool. Mein Gott, ich höre Vögel. Die Fenster sind kaputt. Ja. Zwei Bücher. Du hast ja schon dieses Video-Audio-Cable-Ding. Ja klar. Also du kannst mich... Okay, also du kannst mich beliebig laut und leise machen. Ja. Geil. Das ist schön. Ja, Mann. Und hier geht's nach unten. Oder nach oben. Boah, was ist hier? Sind wir hier hergekommen, oder? Treppenhaus. Treppenhaus. Also da wird noch der Bär irgendwo drin sein. Scheiße. Steppt doch der Bär. Oh, das ist der Rucksack. Hier kommt und so kommt man hier hin. Bitte? Ich habe den Rucksack eben hinter einer verschlossenen Tür gesehen. Ah. Aha. Stiefel. Okay. Beim Aufzug. Hat sich der Rucksack nicht gelohnt. Das ist Wahnsinn. Hier gibt's Treppen. Für die Zombies. Warte. Oh. Was hauen. Ich habe nur ganz schnell weggeguckt. Okay, hier oben sind noch ein paar Dinger. Oh, da kommen bestimmt bitte die Vögel an. Ach Junge, wie viele sind denn da schon wieder? Kein Problem, die machen wir. Okay. Oh. 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 In den Nacken rein. In den Arm rein. Oh. In den Pop rein. War Klebeband selten? Ne. Kann man selber herstellen. Okay. Sehr enttäuschend. Außer du willst hier. Ich glaube du kannst hier daraus eine Dings machen. Ich habe 16. Eine Schiene. Hast du irgendwas zu essen? Ja. Ja? Ja. Moment. Ich habe diese Thunfischdose. Ich habe 16 Essen gerade noch. Ich habe... Warte mal. Ich habe Pi. Äh. Erbsen habe ich noch. Ich kann dir noch schnell was beraten. Ne. Reicht gerade erstmal. Doch. Ich muss sowieso machen. Da kriegen wir jetzt nur einen raus, aber... Egal. Egal, sagt er. Da ist wieder mein Gehirn-Trauma hier. Da ist wieder mein Gehirn-Trauma hier. Ja. Einschalten. Bap. Bap. Sehr hungrig. Gehirnerschütterung. Überlastet. Wärmt das Feuer. Effektive Verdauung. Och geil. Leber. Dann brauchen wir den auch nicht. Kann man nämlich auch selber machen. 2 Fertigkeitspunkte habe ich. Hast du noch ein Näh-Set? Ja. Äh. Willst du mir die geben oder... Nee. Okay. Hier. Ich habe noch das für dich. Achso. Näh-Set von wegen... Stapeln oder weil du brauchst es? Ja. Stapeln. Achso. Aber Näh-Set ist zum Wunden-Bandagieren, ne? Stopp. Blutung. Das brauche ich jetzt nicht. Ich werde eh nicht getroffen. Weil ich die ganze Zeit verabschlaggehe. Okay. 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 Ähm. Ja, sonst habe ich noch... Nichts. Okay. Sehr gut. Ich gehe rein. Mehr essen habe ich nicht. Ich kämpfe jetzt. Es tut mir leid. Aber ich habe noch eine Verbandkasse. Für einen Notfall. Ich habe sie geweckt. Es war ein Fehler. Ach du bist schon draußen. Oh, bist du dann einfach das straight durchflogen? Ich bin hinter dir. Okay. Und... Boom. Wie sie alle wegklappt. Ich bin hier. Oh, mein Knüppel, ne? Der ist knüppelhart. Oh. 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 Das ist ja nicht mal abends hier, wo die Post abgeht, oder? Oh. Oder war es letztes Mal tagsüber auch? Ich finde es tatsächlich auch krass, warum jetzt so viele Zombies da sind. Ach mein... Ihr Fett? Brauchen wir Fett? Nee. Alter, dafür haben sich die Leitern gelohnt mitzunehmen. Hast du Leitern oder was? Ich habe die ganze Zeit zwei Leitern dabei gehabt. Du stehst bei mir auf der Stelle. Echt? Ich stehe neben dir. Okay, jetzt geht's wieder. Hier, weil wir hier nicht hochkommen würden ohne die Leiter. Stimmt. Jetzt stehst du bei mir? Nee, du nicht. Du hast gerade so ein bisschen Moonwalk gemacht. Ach du Scheiß, ist das groß hier. Oder gehen wir erst durch die Mitte? Wir können nicht durch die Mitte. Nee? Okay. Also, können schmünden. Okay. Da oben sind so viele elektrische Teile noch. Hast du welche? Oder da oben sind welche? Nee, da oben. Die Kabel. Das waren noch diese elektrischen Teile. Was meinst du? Kommen wir noch irgendwo krasses hin? Ja, müssen wir. Wir sind ja gerade mal hier auf der dritten Ebene von 8. Glaub ich. Warte mal. Sind wir im Kreis gegangen? Oh, nee. Ja. Sieht so aus. Da müssen wir durch die Mitte mal versuchen. Vielleicht ist da was. Guck mal. Aber doch nicht. Hä? Wo ist mein Leiter? Also, ich könnte... Hä? Hast du Leder? Ach, jetzt. Nee. Hast du ein kurzes Rohr? Ja, 33. Ah, Gotti. 33, die aneinander gesteckt sind. Deshalb ist es doch nicht so kurz. Arschlach. Jetzt will ich ihn nicht mehr überladen. Das ist jetzt ein Schwarz. Ist das noch Blöcke zum Bauern? Oh, er kommt durch für uns. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Was? Ich dachte, der macht jetzt hier... Weißt du? Nee. Hier, wie heißt das nochmal? Unter so eine Leine und dann so Rücken nach hinten und dann... Alter, mal, Pep. Hey, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Gibt es den überhaupt Schaden? Oh, ja. Jo, und sonst so? Ja, Tag 4. Gruselst du dich auch, Alter? Ja, ein bisschen. Ah, jetzt Vogel hinter uns. Oh, shit. Ah, du dachtest, er ist nicht verarschig, ne? Nee, es war halt so ein Timing-Dier da wieder. Ja. Der ist auch ein Schwarz. Oh, jetzt nicht geschafft. So, Leute. Sorry, Leute. Leider kein GTA. Wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen wieder. An Halloween. Zur... Vielleicht Abschluss. Ich hoffe, dem Abschluss. Ja, es wird der Abschluss. Der Fabrik. Was soll das? Der Fabrik-Geschichte hier. Ja, ich auch. Sind ja nur noch 10 Stunden, die wir... 12 Stunden... Ne, warte mal, 10. 10... 10? Bis wie viel Uhr geht nochmal? Der Tag? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, 10 Stunden.